Hey Freunde, was geht? Euer Uwe Salamstadt und ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass ich jetzt mehr Social Media mache, aber gleichzeitig auch weniger Videos, weil ich denke mir so, ich will euch was bieten können, was richtig geil ist, mit geilen Naturaufnahmen Vlogs, Abenteuer, Sachen ausprobieren das geht zur Zeit nicht, weil in letzter Zeit bin ich ziemlich unkreativ, ich rauche jetzt schon 70 Tage ungefähr nicht mehr und das heißt meine Medikamente habe ich testen lassen, sind jetzt im therapeutischen Bereich mit dem Dampfen, also das ist schon mal gut, aber das Problem ist, seit ich nicht mehr in der Mauer bin, habe ich schon wieder einen kleineren sozialen Rückzug, also ich habe jetzt quasi nur meine Familie als sozialen Kontakt, das will ich auch wieder ändern und ja, am 2.6. werde ich übrigens das erste Mal geimpft mit dem Pfizer oder Moderna und am 14.7. ist dann der zweite Termin, das heißt, da bin ich dann so ca. 90% immunisiert und dann kann ich auch wieder außerhalb von meinem Gebiet mehr machen, neue Leute kennenlernen vielleicht, mit alten Leuten wieder treffen, alten Freunden und einfach wieder schauen, dass ich aus einem sozialen Rückzug wieder rauskomme und weiteres ist jetzt der Plan, jetzt ist bald die Entscheidung, ob ich mein Reha-Geld kriege oder nicht und egal was passiert, ich gehe zum BBO auf jeden Fall, das ist eine Einrichtung für psychisch Erkrankte, die wieder ins Arbeitsleben wollen, das ist quasi der zweite Arbeitsmarkt, der erste wäre normal arbeiten wie er oder so und der zweite ist halt zum Beispiel das BBO mit dem Arbeitsprogramm für psychisch Erkrankte, ist auch ganz normal, wir arbeiten nur weniger halt zum Testen, ob man das wieder kann und jo, was gibt es noch so? Ja, ich kann euch derweil nicht viel bitten, außer meine Schiedsüste oder so, weil das mit der Schizophrenie ich bin jetzt am richtigen Weg endlich, ohne Drogen und jo, ich brauche jetzt einmal Zeit für mich ich werde trotzdem noch Videos machen, aber mit dem Video will ich nur aussagen, dass ich nicht regelmäßig Videos mache jetzt, Social Media werde ich jetzt regelmäßig machen, dass ich mit meinen Zuschauern in Kontakt bleibe, also addet mich gerne auf Twitter oder Instagram, ich sage jetzt nur die zwei, natürlich habe ich auch einen Facebook Account, den ich auch nicht so nutze, aber wurscht, wenn es Nachfrage daran ist, dann schreibt es in die Kommentare, dann schicke ich euch den Link zu meinem Facebook Account, aber ja, es werden trotzdem Videos kommen, nur nicht mehr so regelmäßig, also bei mir passiert auf jeden Fall ziemlich viel, und jo, ab spätestens August gibt es wieder regelmäßig Content, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt, aber jetzt ist halt eigentlich nur unregelmäßiger Content, ich schaue das, wenn ich etwas mache, die Shizu Stories, also das Buch, ja, das gibt schon einige, die das gerne schauen, werde ich auch weitermachen, nur halt heute nicht, ich werde mir das in beiden teilen, ich weiß es auch nicht genau, auf jeden Fall, ich brauche diese Zeit, weil ich will jetzt nicht irgendeinen Bullshit bringen, ich will guten Content haben, die Naturflugs sind super angekommen, werde ich auch wieder starten, aber in der Weile muss ich mich einmal um mich kümmern, und ja, kein Plan, auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Zeit, und wir sehen uns, ja, keine Ahnung, gut, schöne Zeit, gut, ciao, Peace out, Leute.